Herzlich Willkommen zu unserem KerioControl Best Practice Webinar. Heute geht es um das Produkt KerioControl mehr als nur eine Firewall. Die Agenda für heute sieht folgendermaßen aus. Grundsätzlich erstmal, wozu brauche ich eine Firewall? Was für verschiedene Typen von Firewalls gibt es überhaupt? Dann eine Einführung in KerioControl und auch was gerade mit der 7.3 neu hinzugekommen ist. Ich gehe ein bisschen darauf ein auf die Software und auf die Virtual Appliance. Es gibt von uns auch noch Hardwareboxen, die Sie kaufen können und Sie können das Ganze auch noch unter Windows installieren. Nur ich möchte Ihnen empfehlen, wenn Sie anfangen mit der KerioControl, probieren Sie es bitte erstmal mit einer Software oder einer Virtual Appliance. Vor- und Nachteile sehen Sie gleich, beziehungsweise eigentlich hat es nur Vorteile. Dann gehen wir ein bisschen in die Praxis. Ich zeige Ihnen anhand von zwei Beispielen, wie Sie relativ schnell ein Regelwerk, eine Regel erstellen können in der KerioControl und zum Schluss noch ein paar Tipps und Tricks. Fangen wir mal mit dem ersten an. Firewall. Wozu? Wir alle kennen das, dass uns aus dem Internet verschiedenste Sachen bedrohen können. Da gibt es Würmer, da gibt es Viren, da gibt es Trojaner. Das sind nur die Sachen, die einem als erstes einfallen. Aber es gibt noch mehr und zwar gegebenenfalls unberechtigte Zugriffe von außen. Das obere übrigens ist ein Bild vom Echolon. Das ist eine der größten Abhöranlagen der Welt. Diese steht in England. Also wenn Sie sich mal einen Spaß machen wollen, dann schreiben Sie mal schön immer in Ihren E-Mails, der Adler ist gelandet im goldenen Dreieck und es schneit. Dann können Sie sich sicher sein, Echolon hat das dann auch mit aufgezeichnet. Um uns dagegen zu schützen, was macht man? Man packt eine Firewall dazwischen. Sprich, ich verhindere, dass irgendwelche Sachen von außen, sei es Viren, Trojaner, unberechtigte Zugriffe, Zugriff auf meinen Rechner haben. Ich kann aber auch eine Stufe höher gehen. Ich kann auch sagen, nee, nicht erst den Rechner, sondern grundsätzlich auch das Netzwerk. Da sind wir dann auch schon bei den zwei Firewall-Typen, die es gibt. Zum einen gibt es nämlich die sogenannte Personal Firewall. Das kennt vielleicht noch jeder. Zone Alarm, Kaspersky, Personal Internet, keine Ahnung, wie sie alle heißen mögen. Zum Beispiel gab es auch von der Firma Kerio die Winroot Firewall oder die Personal Firewall. Die war das Wirkungsprinzip. Gut, diese Software wurde lokal auf jedem Rechner installiert. Das hieß aber auch de facto, das Chartpaket hatte sich schon den Weg in mein Intranet gebahnt und wird erst durch den Rechner selber gestoppt, durch die Software, die da drauf ist. Des Weiteren können Sie Einstellungen an diesen Firewalls teilweise nur vornehmen, wenn Sie administrative Rechte haben. Und Sie werden mir recht geben, seinem normalen Mitarbeiter sollte man vielleicht nicht unbedingt administrative Rechte auf dem Rechner einrichten. Es sei denn, man möchte sich nicht unabkömmlich machen und alle drei Wochen die Rechner neu einrichten. Und sind wir mal ehrlich, IT-Administratoren sind faul. Die Einrichtung muss an jedem Arbeitsplatz vorgenommen werden. Das heißt also im Zweifelsfalle Turnschuh-Netzwerk zu jedem hinrennen, einrichten, einstellen oder immerhin noch eine Stufe komfortabler. Ich rolle das aus auf die einzelnen Rechner. Jetzt haben Sie aber auch hier schon mal so die kleine Spezialität. Derjenige, der gegebenenfalls das KERIO Connect einsetzt, weiß, dass wenn Sie den KERIO Outlook Connector Offline Edition einsetzen, Sie den Bereich, in dem der KERIO Outlook Connector installiert ist, komplett von irgendwelchen Virensoftwaren aussparen sollen. Das heißt, die dürfen diesen Bereich nicht scannen. Hängt damit zusammen, da sind so kleine Datenbanken auch im Hintergrund, die dort abgelegt werden und die können dadurch beschädigt werden. Das heißt, haben Sie einen lokalen Antiviren-Scanner auf jedem Rechner drauf, müssen Sie auch noch Ausnahmeregeln machen, damit zum Beispiel der KERIO Connect Installationsbereich ausgespart wird. Wie können wir das Ganze verbessern? Nun, sinnvoll ist es doch, wenn ich den Eingang sozusagen schon kontrolliere. Also stellen Sie sich vor, der Zugang vom Internet zu Ihrem Intranet. Da ist eine Tür und an dieser Tür steht ein Aufpasser. Und dieser Aufpasser sorgt dafür, dass erst gar nichts bis in Ihr Netzwerk hineinkommt. Dann sind wir nämlich bei dem anderen großen Punkt von Firewall-Typen, den sogenannten Gateway-Firewalls. Das heißt, Dateien werden schon abgewehrt, bevor Sie überhaupt in Ihr Netzwerk hineinkommen. Des Weiteren, ganz klar, dadurch, dass Sie nur ein Gerät oder eine Instanz haben, die dafür zuständig ist, dass Ihr Netzwerk abgeschirmt wird, haben Sie auch die Möglichkeit, dort natürlich zentral zu konfigurieren. Das heißt, Sie müssen nicht mehr an jeden einzelnen Arbeitsplatz gehen. Die einzelnen Arbeitsplatzrechner brauchen auch keine Adminrechte mehr, sondern dadurch, dass Sie das zentral auf einer Instanz haben, da gibt es ein Administrator-Konto, da können Sie sich über Ihren Lieblingsbrowser einloggen und können das Ganze administrieren. Und Kerio-Control ist eine sogenannte Gateway-Firewall, ist aber auch noch viel mehr. Und zwar, Kerio-Control ist ein sogenanntes Unified Threat Management und Netzwerkintelligenz. Was bedeutet das? Ich habe es hier mal in drei große Blöcke eingeteilt. Erstens, ganz klassisch, Firewall. Das heißt, er macht eine Intrusion Detection, er macht eine Intrusion Prevention, er untersucht Ihnen die Pakete auf schadhafte Seite, er scannt Ihren Mail-Verkehr, der da durchgeht. Sie können aber auch natürlich sogenannte Warn-Failovers generieren. Das heißt, Sie haben mehrere Internetleitungen, fällt die eine aus, soll die andere einspringen. Sie können Load-Balancing machen, Bandbreitenmanage und so weiter. Zweiter großer Block ist das sogenannte Content-Filtering. Wir haben, oder Sie sollten die Version der Kerio-Control nehmen mit integriertem Antivirus. Der kommt von Sophos. Das heißt, es wird auf Viren schon auf dem Gateway selber gescannt. Das heißt, diese Viren kommen erst gar nicht bis in Ihr Netzwerk rein, sondern werden vorher schon abgewertet. Dann natürlich können Sie Peer-to-Peer-Blocker einstellen, Sie können URL-Filter und Sie haben ein Reporting-System. Das ist sehr interessant für Administratoren oder auch Geschäftsführer. Sie können nämlich dort einfach auch sehen, welche Seiten werden primär aufgerufen, wer arbeitet auf welchen Seiten. Dies geht, wenn Sie zum Beispiel den Webfilter bei uns noch mitlizenzieren, können Sie das sogar sehr granular runterbrechen auf die einzelnen Benutzer. Ich möchte nur an der Stelle eine Warnung aussprechen. Zu was ist folgendes. Wir leben in Deutschland und haben Gott sei Dank ein sehr gutes Datenschutzsystem, eine sehr gute Datenschutzverordnung. Das heißt, wenn Sie solche Daten runterbrechen wollen auf einzelne Mitarbeiter, muss Ihr Mitarbeiter davon Kenntnis haben, dass Sie dies gegebenenfalls machen. Wenn Sie noch viele mit Altverträgen haben, ist eine solche Formulierung möglicherweise nicht drin. Bei mir war es schon so, dass von, gut, ich arbeite aber nun auch schon seit ein paar Jahren in der IT-Branche, war eigentlich immer so eine Art Passus drin, dass die Nutzung des Internets nur zu geschäftlichen Zwecken erfolgen darf und dass dieses gegebenenfalls kontrolliert wird. Das nur als kleine Erinnerung an Sie, dass Sie das bitte vorher bedenken mögen. Die dritte große Säule ist VPN. Das heißt, wir haben im Kerio-Control ist ein sogenannter VPN-Server integriert. Bedeutet, Sie können VPN-Verbindungen von Ihren Clients ausmachen. Wir haben einen Client für Windows, wir haben einen Client für Mac, wir haben einen Client für Linux. Und wenn Sie verschiedene Controls untereinander verbinden wollen, dann können Sie tatsächlich so viele untereinander verbinden, wie Sie gerne möchten. Wir haben nämlich Unlimited Side-to-Side-Tunnels. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, okay, wann kommt der Herr Maas jetzt mit den Preisen? Ich werde Ihnen heute keine Preise nennen, denn so weit, was ich Ihnen aber so weit sagen kann, alle diese drei Komponenten sind im Grundpreis von der Control von Haus aus mit drin. Ich weiß, andere Hersteller machen das anders. Da müssen Sie den VPN nochmal extra bezahlen, Sie müssen den Content-Filter nochmal extra bezahlen. Das ist bei uns alles von Haus aus mit drin. Was jetzt sehr schön ist und was Administratoren freuen wird, seit der Version 7.3 können Sie die Control auch über Ihr iPad administrieren. Wir haben eine optimierte Oberfläche gebaut, wenn Sie die Control mit Ihrem iPad aufrufen. Das heißt, auch diese ganzen Sachen mit Fingergesten, Zweifinger und Kontextmenü und sowas werden unterstützt. Hier ist nochmal die kleine Übersicht. Beispielsweise, ich sagte es gerade, Kontextmenü mit zwei Fingern einfach auf den Bildschirm tippen. Einziges Manko, Sie können keine Lizenzdateien über das iPad importieren oder exportieren. Das ist halt bedingt durch die Konstruktion oder durch das System auf dem iPad selber. Gut, bei der Agenda, Sie erinnern sich, ich hatte gesagt, Software und Virtual Appliance, möchte ich auch gleich drauf eingehen. Erstmal grundsätzlich, wir haben eine Version, die Sie auch unter Windows installieren können. Wir haben die Software Appliance, wir haben die Virtual Appliance und wir haben auch noch unsere Kerio Boxen. Ich möchte Ihnen heute mal zeigen, warum eine Software und eine Virtual Appliance vielleicht die schönste Wahl für Sie ist. Fangen wir mal mit der Software Appliance an. Grundsätzlich, die Software Appliance besteht aus der Software Kerio Control und einem auf Linux basierten Betriebssystem. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes gehärtetes Betriebssystem. Was bedeutet das? Auf diesem Betriebssystem, was wir verwendet haben, sind sämtliche Komponenten entfernt, die nicht zur Nutzung der Kerio Control notwendig sind. Das Ganze basiert auf einem 32-Bit-Betriebssystem. Können Sie als brennbares ISO-Image runterladen und können das Ganze dann direkt auf allen gängigsten Hardware-Typen einfach installieren. Vorteil an der Stelle, ganz klar die Sicherheit. Ich sagte es schon, kein Konflikt mit anderen Programmen. Sprich, wenn Sie die Software Appliance und diese Frage kam ab und an. Zum Beispiel, kann ich die Software Appliance nehmen und kann die auf meinen Windows-Rechner mit installieren, auf dem schon mein Connect läuft? Nein. Software Appliance bedeutet an der Stelle, Sie schieben die CD rein, Sie starten von der CD. Der gesamte Rechner wird platt gemacht und wird nur noch für diese Software Appliance genutzt werden. Also Sie können nicht das parallel laufen lassen. Software Appliance bedeutet, ganz grob gesprochen, Rechner wird platt gemacht und wird durch das ersetzt und installiert, was auf der CD drauf ist. Damit haben Sie aber ganz klar den Vorteil, es kann zu keinem Konflikt mit anderen Programmen kommen. Sie haben auch keine angreifbaren Betriebssystemkomponenten. Wir haben alles entfernt, was nicht zum Betrieb der Cario-Control notwendig ist. Sie können die Sache einfach installieren und verteilen. Und dieses Betriebssystem, was wir verwendet haben, ist genau nur für diesen einen einzigen Zweck, nämlich Control zu nutzen, gedacht. Weiterer Vorteil, Sie haben natürlich auch unendlich viele Hardware-Möglichkeiten. Wählen Sie, was Sie gerne möchten. Nehmen Sie sich einen richtigen fetten Rechner mit richtig viel Arbeitsspeichern, einem richtig großen Prozessor drin, hängen Sie da ein RAID dran. Wunderbar, lassen Sie das Ganze auf SSD-Platten laufen. Super. Sie können das Gerät einfach erweitern, wenn Sie die entsprechende dimensionierte Box sich geholt haben. Stecken Sie einfach noch einen weiteren Netzwerkadapter rein. Kein Problem. Es ist keine proprietäre Hardware. Das heißt, Sie müssen nicht diese Cario-Control-Box nehmen, sondern Sie können einen Rechner nehmen von Dell, von, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Thomas-Krennen und so weiter und so weiter installieren Sie da einfach die Cario-Control drauf. Wenn Sie wünschen, können Sie auch noch eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor anschließen. Das ist in der Regel nicht notwendig, da Sie das Ganze über eine Web-Oberfläche administrieren können. Wenn es mal sein sollte, dass Sie wirklich in den Unterbau hinein müssen, dann könnten Sie sich an der Stelle tatsächlich noch mal eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor anschließen. Und wir haben ja auch diese Reporting-Geschichten. Nehmen Sie einfach richtig große Festplatten, wenn Sie Protokolle und Reports lange, lange aufheben wollen. Auch da sind Ihnen unendliche Möglichkeiten gesetzt. Gehen wir jetzt einmal von der Software-Appliance rüber zur sogenannten VMware Virtual Appliance. Auch hier ist es im Prinzip das Gleiche. Das ist von uns, können Sie runterladen von der Webseite, schon fix und fertig. Und zwar gibt es das einmal als VMX- und OVF-Paket, sodass Sie OVF nehmen Sie zum Beispiel, wenn Sie das in eine ESXi-Umgebung importieren wollen. Funktioniert wunderbar, ist von uns alles schon fix und fertig zusammengepackt. Sie müssen nur noch das Paket runterladen, ab geht's. Vorteil, Sie können zum Beispiel mehrere Software-Appliances auf einer Maschine nutzen. Sprich, Sie haben zum Beispiel einen ESXi-Server, Sie haben die Virtual Appliance von einem Connect, Sie haben die Virtual Appliance von einer Control, von einem Workspace, von einem Operator meinetwegen. Operator wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil Sie in ESXi nur sehr schlecht auf zum Beispiel ISDN-Karten zugreifen können. Aber das ist ein anderes Thema. Packen Sie einfach diese Virtual Appliances alle auf den ESXi-Server. Sorgen Sie dafür, dass die Control als erste Instanz vorhanden ist, sodass alles erst durch die Control durch muss. Und Sie sind im Geschäft. Sie können Snapshots eben machen. Wenn Sie was verändert haben, klicken Sie einfach auf den Snapshot, kehren Sie zur letzten Version zurück. Ihnen geht die Hardware kaputt. Ja mein Gott, halb so wild. Sie haben den Snapshot, Sie nehmen den, anderen Rechner, schnell aufgesetzt, wieder hochgefahren, fertig. Das heißt, Sie können die Firewall wirklich innerhalb von Minuten umziehen. Sie können zusätzliche Netzwerkadapter hinzufügen, ohne dass Sie wirklich physisch an die Maschine ran müssen, weil Sie einfach diese virtuellen Netzwerkadapter hinzufügen. Genauso schauen Sie, Carry Control inklusive dem Betriebssystem ist kleiner als 200 MB. Und so viel Platz hat eigentlich jeder, wer mit ESXi oder VMware rumspielt. Getestet ist das Ganze mit ESXi Server und VMware Player und Fusion. Für die Apple-User unter uns, ich habe das ausprobiert. Ich kann auch zum Beispiel die Software-Appliance, also das ISO-Image, körnig nutzen, um unter Parallels mir diese virtuelle Maschine zu installieren. Dann sagt man einfach auf ISO-Image zugreifen und er installiert einem das Ganze aus dem ISO-Image, was Sie bei uns runterladen können. So, jetzt kommt schon der Punkt, den sicherlich einige interessiert. Und zwar gehen wir mal in die Praxis Regelerstellung. Wie erstelle ich eine Regel auf einer Kerio-Control? Ich habe mir hier zwei nette Beispiele rausgesucht, die Sie auch bei uns in der Knowledge Base finden. Und zwar einmal Facebook und einmal Microsoft Instant Messenger oder MSN. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten an, nämlich Facebook blocken. Was wird hier gemacht? Hier wird im Prinzip eine HTTP-Regel erstellt und es werden bestimmte IP-Bereiche blockiert. Das ist sehr schön, weil Sie da an der Stelle dann gleich mal sehen, in welche Bereiche wir da reingehen können. Sie finden diesen Knowledge Base Artikel unter kb.kerio.com-789 oder Sie gehen einfach auf unsere Knowledge Base Seite und geben einfach mal oben in Zufeld Facebook ein. Dann werden Sie das schon finden. Gut, wie gesagt, ich hatte Ihnen versprochen. Wir zeigen das Ganze mal jetzt in live. Ich rufe mir hier einmal die Oberfläche meiner Kontroll auf. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Zoome da auch mal noch ein bisschen rein, damit Sie das besser sehen können. Okay, also, wir wollen Facebook blocken. Als erstes, ganz banal, wir können eine sogenannte HTTP-Regel erstellen. Das heißt, wir gehen hier hin, HTTP-Richtlinie. Na, ich mache es vielleicht doch noch mal ein bisschen kleiner. HTTP-Richtlinie. Hier oben im Bereich. Und sage hinzufügen. Jetzt fangen wir hier an. Jetzt machen wir es mal ein bisschen größer wieder. Und ich sage, verbiete Facebook. Das ist einfach nur der Name, wie ich diese Regel nenne. Als nächstes möchte ich, dass eine Aktion durchgeführt wird. Ich mache hier einen Doppelklick drauf. Aktion wählen und sage Ablehnen. Jetzt gehe ich weiter nach rechts. Ups, hat er nicht mitgekriegt. Moment. Aktion. Ablehnen. Eigenschaften. Bei Eigenschaften muss ich erst mal nichts angeben. Jetzt möchte ich eine bestimmte URL davon blockiert wissen. Und zwar soll die, wenn die URL beginnt mit, das Sternchen steht für ein sogenanntes Wildcard-Zeichen. In der Mitte hätten wir dann Facebook.com. Und auch wieder ein Sternchen. Warum mache ich das? Ganz einfach. Alles, was vor Facebook kommt und alles, was nach Facebook.com kommt, wird, sofern es über einen Browser aufgerufen werden soll, blockiert. Beziehungsweise werden diese URL. Damit decke ich halt auch URLs ab, wie my.facebook.com oder facebook.com.de. All das ist an der Stelle dann mit abgesichert. Ich sage OK. Sage Anwenden. Und schon habe ich meine erste Regel erstellt. Hier oben steht sie drin. Schauen wir nochmal. Facebook.com. Ich fange hier links an. Verbiete Facebook. Aktion Ablehnen. Und die URL soll facebook.com sein. Gut. Damit ist es aber noch nicht getan. Ich muss auch noch dafür Sorge tragen, dass ich sogenannte IP-Adressen von Facebook blockieren kann. Wie mache ich das Ganze? Ich mache hier erstmal meine Seite wieder kleiner. Ich brauche noch einen sogenannten IP-Block. Das heißt, ich gehe hier erstmal hin und definiere mir eine bestimmte IP-Adressgruppe. Keine Sorge, die müssen Sie sich jetzt nicht merken oder aufschreiben. Das finden Sie alles bei uns in der Knowledge Base. Finden Sie die einzelnen IP-Bereiche. Ich sage also hinzufügen. Jetzt gebe ich dem Kind einen Namen und sage hier mal Facebook IP-Gruppe. Dann sage ich, das ist ein bestimmter Adressbereich. Und sage der Adressbereich. Ich gebe jetzt zu, ich kopiere mir das. Das können Sie dann natürlich auch einfach machen. Ich kopiere mir das mal eben aus dem Knowledge Base Artikel raus. So, jetzt nehmen wir hier noch die. Kopieren. Da rein. Na, habe ich ein Leerzeichen mit kopiert. Hier habe ich jetzt den ersten Adressbereich schon definiert. Jetzt sage ich noch Anwenden. Und siehe da, jetzt habe ich auch den ersten Bereich hier drin. Wie gesagt, auf unserer Webseite sind dort noch einige weitere IP-Adressen. Das sind die, wie wir sie im Moment kennen. Es kann sein, dass die sich ändern mal oder verschiedenst oder vielleicht auch schon teilweise geändert haben. Da müssten Sie dann gegebenenfalls mal recherchieren. Es kann auch teilweise schon regionsabhängig sein. Das heißt, dass es in, keine Ahnung, China vielleicht anders ist als in Europa. Gut. Ich habe einen IP-Adressbereich definiert. Jetzt muss ich aber auch noch sagen, der soll, wann immer ein solcher dieser IPs angesprochen werden, sollen diese blockiert werden. Also, was muss ich noch machen? Ich muss noch eine sogenannte Datenverkehrsrichtlinie hinzufügen. Ich sage hier hinzufügen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Neue Regel. Und nenne das Ganze mal böses Facebook. Quelle, also von wo soll auf diese Sache nicht zugegriffen werden. Ich gehe hier drauf. Hinzufügen. Schnittstellen. Vertrauenswürdige lokale Schnittstellen. Damit sind sozusagen die, ist die Schnittstelle gemeint, alles was über die Schnittstelle hinkommt, die zu ihrem Intranet hin zeigt. Ich sage OK. Das Ziel ist an dieser Stelle jetzt genau dieser IP-Adressbereich, den wir eben gerade definiert haben. Ich gehe hier wieder hin. IP-Adressgruppe. Hier haben wir sie schon. Sage OK. Welcher Dienst? An der Stelle müssen Sie dann auswählen, wann immer es sich darum handelt, um HTTP. Und wenn es sich um HTTPS handelt. OK. OK. Gehe wieder rüber. Und was soll er dann natürlich machen? Oder was wollen wir, was er dann tut? Wir wollen, dass es abgelehnt wird. Wir sagen OK. Sagen anwenden. Und jetzt habe ich schon Facebook geblockt. Sie werden in dem Artikel noch weitere Schmackhazien finden. Sprich, wenn jemand meint, das irgendwie zu umgehen. Sie können Leute noch auf andere Seiten umleiten, wo sie beispielsweise den Text haben. Hallo, du weißt doch, Facebook ist bei uns nicht erlaubt. Und so weiter. Und so fort. Wunderbar. Gehen wir doch wieder zurück zur Präsentation. Also nochmal. Ups. Einmal ein bisschen zu weiter. Da will ich hin. Facebook blocken. Im Prinzip sind es zwei Regeln. Nämlich einmal eine sogenannte HTTP-Regel. Und einmal wird ein bestimmter IP-Bereich blockiert. Die zweite Regel, die ich Ihnen mal zeigen möchte, ist, wie blockiere ich MSN. Auch hier besteht das Ganze aus zwei Regeln. Nämlich einer HTTP-Regel und diesmal einer sogenannten Service-Regel. Wir gehen auch schon gleich hinein. Und ich zeige Ihnen, wie das Ganze gemacht wird. Da ist unsere Firewall wieder. Gut. Und zwar brauchen wir eine sogenannte HTTP-Richtlinie. Ich gehe hier hin und sage wieder hinzufügen. Und jetzt sage ich hier böses MSN. Ich möchte, dass das Ganze abgelehnt wird. Und die URL, die er nicht aufrufen können soll, auch die finden Sie in unserem Knowledge-Base-Artikel. Heißt an dieser Stelle, diesmal aber ganz normal, gateway.messenger.hotmail.com. Böses MSN. Wir haben das Ganze abgelehnt. Solange ich hier nichts eintrage, gilt diese Regel immer für alle Benutzer. Ich sage anwenden. Erste Regel erledigt. Es kann aber sein, dass ich auch noch eine weitere Regel einführen muss. Nämlich eine sogenannte Service-Regel. Wie mache ich das? Auch hier wieder eine sogenannte Datenverkehr-Regel. Ich sage hinzufügen. Ich sage verbiete MSN. Quelle an der Stelle soll sein, beliebig. Ziel soll auch sein, beliebig. Der Dienst wiederum, der jetzt abgeblockt werden soll, gehen Sie hier rein. Und wenn Sie hier schauen, finden Sie auch schon das MSN-Netzwerk. Ich muss gerade gucken. Und zwar finden Sie das unter Windows Messenger. Sagen OK. Sie müssen natürlich noch eine Aktion festlegen. An der Stelle macht natürlich Sinn, weil Sie es ja untersagen wollen. Ablehnen. OK. Anwenden. Fertig. Und Sie sehen, so schnell können Sie Regeln definieren. Ich gehe wieder zurück zu unserer Präsentation. Ich sage hier nochmal Bildschirmpräsentation und gehe wieder auf unseren Punkt. MSN blockieren. Also auch hier zwei Regeln. HTTP-Regel und Service-Regel. Das Ganze finden Sie unter kb.kerio.com. Slash 317. Zum Abschluss. Tipps und Tricks. Ersten Tipp. Update einer Installation. Ich beziehe mich hier explizit auf das Update einer virtualisierten oder einer Software-Appliance. Hier unten gibt es einen Bereich Upgrade durch Hochladen von Binärdateien. Ich habe jetzt schon mehrfach festgestellt, die Leute haben dann wie verrückt nach einer Punkt-Bin-Datei gesucht. Damit funktioniert es nicht. Laden Sie sich bitte das komplette Image runter. Wählen Sie das Image hier aus. und laden Sie das Ganze hoch, wenn Sie es händisch machen wollen. Normalerweise hat die Kontrolle hier eine automatische, Sie können hier automatisch nach Updates suchen lassen. Das sollte auch der präferierte Weg sein. Funktioniert das nicht. Sie müssen es über eine Image-Datei machen. Dann bitte wirklich auch eine Image-Datei runterladen. Sie können nicht nach einer Binärdatei suchen, sondern Punkt IMG als Endung. Die nehmen, hier auswählen und das Update einspielen. Wie machen Sie eine Migration von einer Maschine auf die andere? Ganz einfach. Sie sichern vorher Ihre Konfigurationsdateien, indem Sie einfach auf der Startseite, wenn Sie sich angemeldet haben auf der Kerio-Control, gibt es hier unten den Punkt Konfigurationsassistent ausführen. Automatisch startet dann dieses Fenster hoch und Sie finden hier die beiden Punkte, die für Sie interessant sind, nämlich Konfiguration exportieren oder auch, wenn Sie es jetzt in eine andere Maschine reinschreiben wollen, Konfiguration importieren. Im Handbuch ist das Ganze auch nochmal etwas ausführlicher. Noch ein Tipp, den wir in der Vergangenheit öfter festgestellt haben. Leute haben darüber geklagt, dass Ihr Webfilter nicht richtig funktioniert oder dass die Verbindungen ins Internet sehr langsam waren. Schuld war an der Stelle häufig ein DNS-Server, den Sie finden, wenn Sie einen Doppelklick auf die Schnittstelle machen, die die Verbindung zum Internet hat. Und zwar, Sie sehen es auch hier, hier ist sozusagen der vorgelagerte Router als DNS-Server eingetragen. Jetzt kann das sein, dass diese Router möglicherweise die Anfragen von der Kerio-Control nicht richtig verarbeiten können bzw. nicht schnell genug verarbeiten können. Dadurch kommt das Ganze ins Stocken. Oder, wenn Sie direkt ins Internet gehen, dass der DNS-Server Ihres Providers eventuell mit diesen Anfragen nicht klarkommt. Wenn Sie an dieser Stelle die automatische Erkennung rausnehmen und hier mal testweise dann den Google-DNS eintragen, der Google-DNS lautet 8.8.8.8, dann sicherheitshalber die Kontrolleimern durchstarten und Sie dann eine richtig schnelle Netzwerk- bzw. Internetverbindung haben, dann haben Sie es schon rausgefunden, dann lag es an dem DNS. Dann können Sie den Google drin lassen oder Sie fragen einfach bei Ihrem Provider nach, ob er vielleicht noch einen alternativen DNS für Sie hat. Mit der 7.3 können Sie auch Berichte über die Statistiken verschicken lassen und können das auch recht granular machen. Das heißt, Sie können definieren, wer wann welche Statistikberichte zugeschickt bekommen soll. Das Ganze finden Sie im Bereich Zählen in der Web-Administration. Die Berichte selber sind im HTML-Format. Das heißt, Sie können diese, sind auch grafisch schön aufbereitet, Sie können die schön sehen. Achtung, die sogenannten Web-Kategorien sehen Sie nur in den Berichten, sofern Sie auch den Web-Filter bei Kerio mit lizenziert haben. Noch mal eine kurze Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen. Ich lasse es mal einen Moment stehen. Benutzer kommt nicht in das Internet. Ja, Frage, ist er denn überhaupt an der Firewall angemeldet? Haben Sie eine Anmeldung? Ist sie zwingend, damit er ins Internet kann? Soll er, sollte er mal überprüfen? Der Benutzer ist angemeldet, kommt aber trotzdem nicht in das Internet. Schauen Sie bitte mal, ob Sie bei Ihrem Regelwerk vielleicht, sage ich mal, konkurrierende Regeln gebaut haben. Bedenken Sie immer, die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet. Eventuell beißt sich da was. Die Internetverbindung ist langsam. Neben dem einen, was ich Ihnen da gesagt habe, schauen Sie bitte, ob der DNS eventuell das Problem bereitet. Sie können in der Kerio-Control auch ein sogenanntes Bandbreitenmanagement machen. Das heißt, Sie können x Prozent oder so und so viel Mbit Ihrem bestimmten Diensten zuweisen. Haben Sie an der Stelle vielleicht als Grundangabe, wie schnell Ihr Internetanschluss ist, eine viel höhere Zahl genommen, als Ihr tatsächlicher Anschluss hat? Also Sie haben meinetwegen einen DSL 6000, aber Sie haben angegeben, ich habe eine Internetleitung von 50.000. Blöd. Und Kerio-Control sollte an der Stelle immer der sogenannte Flaschenhals sein. Seien Sie ruhig ein bisschen konservativ. Gehen Sie mal ein bisschen niedriger sogar mit den Werten ran, die Sie in der Kerio-Control definieren, wie schnell Ihr Internetanschluss ist. Denn selbst wenn, sind wir mal ehrlich, selbst wenn Ihnen der Provider sagt, hey, du hast ein DSL 6000, volles 6000 erreichen Sie sowieso nie. Ganz generell, wo kann ich Probleme und Warnungen lokalisieren? Die finden Sie ganz klar, ähnlich wie bei unseren anderen Produkten auch, in den Protokolldateien, beziehungsweise in den Logs. Gibt es aktuell einen Angriff? Das finden Sie im Security-Log. Eine Seite kann gegebenenfalls nicht angezeigt werden. Haben Sie diese Seite vielleicht geblockt? Siehe Facebook beispielsweise. Gut, da wird eh niemand, während nie einer Ihrer Mitarbeiter zu Ihnen kommen und sagen, ich kann Facebook nicht aufrufen. Das VPN geht nicht. Ist vielleicht das falsche Zertifikat installiert oder ist es sogar abgelaufen? Das wären so grob die FAQs, die mir an der Stelle immer wieder mal unterkommen. Probieren Sie das Produkt ruhig selber aus. Und zwar unter demo.kerio.com Alle diese Artikel, die ich Ihnen da heute genannt habe, finden Sie unter kb.kerio.com Das ist unsere Knowledge Base. Ja, dann bleibt mir nur, Ihnen recht herzlich zu danken, dass Sie sich das kleine Filmchen angeguckt haben über Kerio Control. Mein Name ist Carsten Maas, Sales Engineer, Kerio Technologies und ich würde mich freuen, Sie demnächst hier wieder zu besuchen. Danke!